Was ist das aufgenommen? Angriff gerade, ja. War ne geile Aufnahme. Schön 4K. So. Was ist los? Ich gerade Nico und sein Kumpel rausgeschossen. Ich zieh auf Nico, man gibt 5 Schüsse ab, beide raus. Hau irgendeinen großen Baum. Bin schnell rübergerannt. 12 Uhr! Zusammenfassung! Feuer! Wohhhhhhhhhh. Geh mal weg drum. Laude! Ist nach links weg. Fertig? Fertig. Los, Linie bilden! Empty schrubb! Sperrfeuer geben! Links, eins, rechts, Kontakt! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Röntger links! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Los, keinen Schritt zurück! wo ist Tom? unsere? unsere Tom? Tom, Erik, ist sicher, was im Gefängnis? Kai kommt mit 28 28 29 30 30 30 30 31 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 34 35 35 35 35 37 38 39 40 40 40 40 45 45 45 45 46 10 Uhr! 10 Uhr! Tom, rechte Seite! Fernfolger geben! 12 Uhr! Linker Seite! Leer! Start! Hit! 1! Hit! 3! 4! Hit! 5! Wie oft ihr noch? 20, 40, 41, 42, 43, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Das sind drei Mann. Wo? Daraufhin waren wir jetzt. Da ist es die Nachfrage. ja linie bilden 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 los weiter feuern schwerfeuer ja linie bilden 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 wenn ihr den unterst falle ich wieder ab alles klar hier lang außen lang boah scheiße hier ballt unheimlich frag mich mal, ich muss gleich allein zurück auch gruppe du schon wieder komm wo rein? schlecht hast du nicht am helm? ja schlimmer ich mach dein richter am helm ah der ist vorbei geht mit deinen koinen und dann ist gut hit 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 hit